Ihr habt eine super Kfz-Versicherung und glaubt, dass ihr damit auf der sicheren Seite seid? Wenn ihr Glück habt, stimmt das auch, aber dennoch müsst ihr auf ein paar Dinge achten, damit eure Versicherung im Fall der Fälle auch wirklich zahlt. Ich bin Müni von transparentberaten.de und erkläre euch in diesem Video 10 Gründe, warum eure Kfz-Versicherung im Schadensfall eventuell nicht leisten wird und mindestens 4 davon hättet ihr sicher nicht erwartet. Bevor es mit den häufigsten Gründen losgeht, noch ein kurzer Transparenzhinweis. Wir sind transparentberaten.de, eine Firma, die zu privaten und gewerblichen Versicherungen berät und diese auch an Leute vermittelt. Wir versuchen natürlich, euch trotzdem alles objektiv zu erklären und werden auch von keinem Versicherer dafür bezahlt oder gesponsert. Wenn ihr an irgendeiner Stelle meint, dass uns das mal nicht so gut gelingt, dann schreibt uns euer Feedback gern unten in die Kommentare. Grund Nummer 1. Ihr habt Änderungen an eurem Fahrzeug nicht gemeldet. Wenn ihr Änderungen an einem Auto vorgenommen habt, zum Beispiel Tuning oder andere Änderungen, die die Leistung oder den Wert eures Fahrzeugs verändern, müsst ihr das eurer Versicherung melden. Dabei muss es sich gar nicht um etwas Außergewöhnliches handeln. Selbst eine neue Innenausstattung kann schon meldepflichtig sein. Habt ihr das vergessen und habt dann einen Schadensfall, kann die Versicherung die Leistung verweigern. Grund Nummer 2. Ihr habt einen Fahrerwechsel nicht gemeldet. Wenn ihr jemand anderen euer Auto fahren lässt und diese Person dann einen Unfall baut oder einen Schaden verursacht, kann die Versicherung die Zahlung verweigern, insbesondere wenn der Fahrer nicht in eurem Versicherungsschein aufgeführt ist. Und auch wenn die Person darin auftaucht, kann sich die Versicherung immer noch weigern, wenn er oder sie als inakzeptables Risiko eingestuft wird. Das kann passieren, wenn er oder sie in der Vergangenheit unter Alkohol- oder Drogenkonsum oder ohne gültigen Führerschein gefahren ist. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die beste und günstigste Kfz-Versicherung für euch findet oder wie ihr herausfindet, ob eure aktuelle Kfz-Versicherung überhaupt gut ist, dann abonniert gern unseren Kanal. Denn bald kommen noch mehr Videos zum Thema. Grund Nummer 3. Ihr habt eure Anzeigepflicht verletzt. Natürlich auch nicht mit Absicht, passiert aber öfter als man denkt. Wenn ihr eurem Versicherer wichtige Informationen vorenthaltet oder falsche Angaben macht, dann kann das dazu führen, dass ihr kein Geld im Schadensfall kriegt. Zum Beispiel, wenn ihr angebt, dass euer Auto immer in einer Garage geparkt wird, es aber auf der Straße stand und dort beschädigt wird. Übrigens ändern Versicherer von Zeit zu Zeit ihre Bedingungen, mal zum Guten und mal zum Schlechten für euch als Versicherungsnehmer. Daher ist es wichtig, regelmäßig aktuelle Tarife zu vergleichen und zu wechseln. Wie das ganz einfach geht, haben wir euch in einem anderen Video schon mal erklärt, das verlinken wir euch hier oben. Grund Nummer 4. Ihr habt euer Auto als Taxi oder für Fahrdienste benutzt. Wenn ihr euer Fahrzeug gewerblich nutzt, zum Beispiel als Taxi oder als Uber, ohne dass dies in eurem Versicherungsschein berücksichtigt wurde, wird eure Kfz-Versicherung bei einem Schaden nicht zahlen. Die meisten Kfz-Versicherungen decken nur die private Nutzung ab. Nutzt ihr euer Auto auch gewerblich, müsst ihr das entweder vorab klären oder euch eine spezielle Versicherung suchen. Grund Nummer 5. Der Schaden ist durch Krieg, Aufruhr oder Terroranschläge verursacht worden. Viele Versicherer schließen Schäden durch Krieg, Aufruhr, zivile Unruhen oder Terroranschläge grundsätzlich aus. Sowas ist mitunter natürlich selten, solltet ihr aber trotzdem wissen. Übrigens, dazu zählen in der Regel nicht Demonstrationen oder Straßenfeste oder ähnliches. Aber einige Versicherer könnten dies unter Umständen als zivile Unruhen einstufen, je nachdem, wie die Veranstaltung abläuft und was genau passiert ist. Auch kann es eine sogenannte Aussperrungs- und Streikklausel geben, die auf bestimmte Arten von Demonstrationen oder öffentlichen Versammlungen angewendet werden kann. Ihr solltet also immer gut und gründlich die Versicherungsbedingungen eurer Kfz-Versicherung lesen und verstehen, was das alles bedeutet, auch wenn es langweilig und nervig ist. Wenn ihr wollt, dass wir das für euch übernehmen, dann gebt diesem Video mal einen Daumen nach oben, dann wissen wir, dass wir dazu mal ein Video machen sollen. Grund Nummer 6. Ihr habt die Kilometergrenze überschritten. Einige Versicherer, insbesondere die, die auf eine geringe jährliche Fahrleistung ausgelegt sind, können die Zahlung verweigern, wenn ihr die in der Polizei festgelegte jährliche Kilometergrenze überschreitet. Grund Nummer 7. Der Fahrer ist unbekannt. Wenn die Versicherung nicht feststellen kann, wer zum Zeitpunkt des Unfalls oder des Schadens das Fahrzeug gefahren hat, dann zahlt sie auch kein Geld aus. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ihr behauptet, dass das Auto gestohlen wurde und währenddessen ein Unfall baut. Aber die Versicherung nicht verifizieren kann, dass das Auto tatsächlich gestohlen wurde. Grund Nummer 8. Der Schaden ist durch Naturkatastrophen entstanden. Nicht alle Kfz-Versicherungen decken automatisch Schäden durch zum Beispiel Überschwemmungen, Erdbeben oder Hagel ab. Wenn überhaupt, ist dies in der Regel über die Kaskoversicherung abgedeckt. Wenn ihr nur eine Kfz-Haftpflicht habt, dann bleibt ihr wahrscheinlich auf den Kosten sitzen. Grund Nummer 9. Ihr seid in nicht zugelassene Gebiete oder unter nicht zugelassenen Bedingungen gefahren. Manche Tarife enthalten Einschränkungen hinsichtlich der Gebiete oder der Bedingungen, unter denen man fahren darf. Beispielsweise kann die Versicherung die Zahlung ablehnen, wenn das Fahrzeug auf einer Rennstrecke gefahren wurde oder wenn ihr in einem Land unterwegs wart, das im Versicherungsschein nicht aufgeführt ist. Grund Nummer 10. Regulärer Verschleiß und Alterung. Kfz-Versicherungen decken normalerweise keine Schäden, die durch normalen Verschleiß oder natürliche Alterung des Autos entstehen. Wenn also ein Teil eures Autos aufgrund seines Alters oder einer langen Nutzungsdauer kaputt geht, wird die Versicherung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht dafür aufkommen. Das waren 10 mögliche Gründe, warum eure Kfz-Versicherung im Schadensfall vermutlich nicht leisten wird. Hättet ihr das gedacht? Kanntet ihr diese Gründe? Schreibt es uns mal unten in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Kfz-Versicherung wechseln könnt, dann schaut gerne in dieses Video rein, mit Experten-Tipps dazu, warum ihr das auch unbedingt tun solltet. Gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.